Boom. Chuck, yeah, yeah, alright. Ciao, Leute, was geht? Willkommen bei dem Video. Heute bei Revenzeit. Ist richtig, ganz genau. Leute, Double Mic Setup hier am Start. Professionelles Video. Was für ein Double Mic? Double Mic Setup hier am Start. Was siehst du? Hey, Double Mic. Sieht man das? Sieht man das? Leute, wir schauen uns heute den Rest dieser ganzen Trimax-Kompilation an, wo Trimax bei Minecraft fällt. Sollte Jodie wegen ihrer Haarfarbe plötzlich ein Loch im Kopf haben wegen dem Green Stream? Bubble. Green Scream. Oder ist der Green Stream? Ganz genau. Das war der Green Scream. Dankeschön dafür. Wir schauen uns heute auf jeden Fall an, was Trimax so in Minecraft nicht kann. Nämlich alles. Und ich würde sagen, let's fucking go. Auf geht's. Achso, ja. Das bist du ja. Der Fight war schon ziemlich heftig jetzt, oder? Der ist noch nicht zu Ende. Okay. Wie schaut's gerade aus mit dem Fight? Wohin schlägt der? Ja, ich hab gewonnen. Er hat gegen Sklecht gekämpft und das ist für ihn intens gewesen. Alter, ich erinnere mich an meine erste Minecraft-Head. Weißt du noch, wenn man das erste Mal Minecraft spielt und in so eine Höhle reingeht, dann kommt man so spinnen. Ah, das ist schon echt ein geiler Moment. Alter, mein Herz hat gepumpt. Ja, aber... Aber es ist auch funny. Es ist auch funny halt, ne? Ja, ich find's absurd, dass es noch Leute gibt, die noch kein Minecraft-Header haben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, nice. Ich muss dir gleich mal nach oben was zu schreiben holen, Digga. Ich muss mir auf jeden Fall mal alles zusammenschreiben, was hier passiert. Guck, wie konzentriert er ist. Guck. Ich muss mir was zu schreiben holen, sitzt du am PC. Dann geh ich noch mal neu fahren kurz, ja? Erstmal fahren. Oh, oh, oh. Nether. Oh nein! Nether Nether. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich kann dodgen. Warum sieht man nicht, wie er kämpft? Ich möchte irgendwann auch einen Bogen haben. Junge, Alter, man sieht ja gar nicht, was er macht. Ist egal, ist egal. Es geht um seine Mimik. Das ist das Ding. Schau dir an, schau dir an. Oh, da hätte ich jetzt Bock. Okay, ich gehe Diamanten fahren, aber ich möchte einen Bogen haben. Ist wie so ein Kind. Er ist so süß. Er ist so süß. Er ist so süß, Alter. Oh, jetzt bin ich hier voll. Ui. Ui. Hinterhalt. Hinterhalt. Achtung. Achtung. Oh, wow. Oh, wow. Oh, ah. Das ist naja. Was ist denn da los? Der weiß gar nicht, was er machen soll. Der ist halt so hell und er macht einfach noch ne Fackel hin. Der weiß nicht, was er machen soll. Ich muss irgendwie meine Waffen. Ich muss irgendwie umsortieren. Spielst du mit Shortcuts in dem Spiel? Shortcuts? Shortcuts. Das macht so gar keinen Sinn. Wie? Was ist das denn, Mann? Wie? Was ist das denn? Mann. Die kommen immer wieder aus dem Himmel gefallen. Die Creepern explodieren instill. Ich kann nichts dagegen tun. Die kommen aus dem Himmel gefallen. Die kommen aus dem Himmel gefallen. Die Diamantzeige. Moin, Digga. Och. Ich kriege den Behinder, der hat diese Blöcke gebaut. Das ist so langsam. Um da an das Iron ranzukommen? Ja. Er weiß nicht. Er vergisst immer, dass man alles abbauen kann. Weißt du, in der Welt. Kakteen weiß nicht, wo die sind. Ja. Diamanten gefunden. Was? Du hast kein Diamant gegeben. Goldgrün nicht abbauen. Das war doch kein Diamant. Deine Hack ist kaputt. Oh nein. Deine Hack ist kaputt. Ja, Mann. Check mir das das nächste Mal ab. Dann komm ich mit meiner Powerpick-Ex. Weißt du? Mit meiner Powerpick-Ex? Alles klar. Was passiert da? Stell dir vor, das kommen 20.000 Leute. Echt? Live. Aber ich möchte auch eine Powerpick-Ex. Was ist das wieder für... Das ist so ein typisches Revenside-Ding. Du hast die Powerpick-Ex. Du wirst die niemals wieder abgeben. Das Ding ist aber okay. Stopp. Stopp. Immer. Wir haben ihm Schuldia gemacht. Aber wie lustig wär das denn? Wir haben ihn so oft schon ausgestattet. Der verbrennt ständig. Der stirbt. Der wird die ganze Zeit vom Netherman. Es heißt Enderman, Alter. Explosionskriege. Von Leuten in seiner Base. Explosionskriege. Max. Du kriegst erst die Sachen, wenn du dessen würdig bist, Alter. Sind sie hier? Komm her. Da ist der Diamant. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Ich erinnere mich an die Szene. Steckt mir das ab. Wie er fast runtergesprungen wird. Keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit, Bruder. Nicht mit Holz. Nein. Versuch nicht zu sterben. Das wird doch jetzt schlecht brennen, oder? Er baut Holz halt auf die Lava. Kann man auch coole Minecraft-Challenges machen, die schwierig sind? Das ganze Game ist für dich eine Minecraft-Challenge, Alter. Ja. Die nicht so schwierig sind. Willst du noch mal ein M.A.G. machen? Das brennt. Ich höre es schon. Nein. Doch. Da. Oh mein Gott. Saum, Glück dabei. Ich habe Holz auf Lava gebaut. Das brennt. Das Holz brennt. Wenn man das über die Lava baut, lol. Das wusste ich nicht. Ja, Max. Was denkst du denn? Stell dir mal vor, du baust ein Holz auf die Lava. Was passiert? Ja, stell dir mal vor, du baust irgendwas über die Lava. Das ist alles weg. Mhm. Ja, stimmt. War der recht? Nee, stimmt nicht. Ich habe das allererste Mal Glücksspiel gemacht in meinem Leben, da waren wir hier gerade sehr lange her. Diese Maschine, wo man so 20-Cent-Stücke reinschmeißt und die schiebt das immer so nach vorne. Da habe ich einfach mal 60 Euro reingeballert. Wie viel hast du denn gemacht? Ja, am Ende gar nichts, weil die Münzen, die unten rauskommen, die schmeißt man ja wieder rein. Also das ist zwar sehr schlimm. Der macht aber auch da nichts. Der rennt aber auch noch in den Rhein. Weißt du, er geht nicht weg oder sowas. Aber ich kann so relaten. Er lässt es einfach über sich kommen. Dem ist alles egal, dem Jungen. Ich habe einen Rumpf bei dem Game. Blöd in Minecraft finde ich irgendwie immer, dass die Gegner so aus dem Nichts kommen. Das finde ich sehr anstrengend. Machst du das fertig? Ja, es ist einfach unnötig schwer das Spiel. Es ist unnötig schwer das Spiel. Minecraft. Er hat die Spinne da oben gesehen. Hast du gerade gesehen? Die wird ihn gleich auf jeden Fall noch attacken. Ich habe mal auch so... Nein. Ja. Ähm. Junge, dein Schwert ist gleich kaputt. Er braucht doch immer so lange, bis du ein Schwert wechselst. Das dauert so lange. Er scrollt erst hoch und dann runter. Ja, ja. Wieso? Nee. Ja, ja, ja. Oh no. Oh. Gesundheit. Jetzt sagt er das Dümmste der ganzen Welt. Hör mal genau. Alter, ich habe genießt. Alter, ich habe genießt. Jetzt hör hin, hör hin. Ich habe noch nie genießt. Ich habe noch nie genießt. Ich habe noch... Letztens hat er beim Stream gesagt, ich habe noch nie Musik gehört. Das hast du mir sogar erzählt abends. Das hat dich so bewegt, dass du mir das abends erzählt hast. Der hört keine Musik. Wie geht das? Der hat noch nie genießt. Ich habe noch nie genießt. Vielleicht ist der so ein... Genießt unglaublich selten. Maximum. Du hast mich irgendwann schon mal niesen gehört. Ich habe mich gerade echt selber erschrocken, was das ist. Er ist aber wirklich unterhaltsam in seiner Art. Weißt du, was ich meine? Der ist doch bestimmt so ein... So ein Android eigentlich. Ja, ja. Bis gerade erst in diese Welt geschickt worden. Der ist ein Roboter. Der ist ein Roboter. Der lernt gerade. Der hat noch nie Minecraft gespielt. Der hat noch nie genießt. Und deshalb weiß der auch nicht, wann er dann aufhört zu trinken. Weil er trinkt immer so viel. Der weiß das nicht. Oh. Ach, dann guck mal jetzt, was er jetzt macht. Abdays. Der baut so Walls wie in Fortnite. Guck, der macht Updates gerade. Und ich bin gerade dabei. Ähm. Der sieht doch immer so fettig aus. Der hat schon lange vor dem PC gesessen, glaube ich. In seiner Androiden-Zeit. Ich höre manchmal so magische Geräusche. Liegt aber nicht... Iron Man oder Minecraft? Ja, wollte ich gerade sagen. Liegt aber nicht am Minecraft. Oh, ein Mini-Zombie. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Nein. Nein, ich bin tot. Nein, ich bin tot. 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 Warum rennt der nicht? Warum geht der langsam? Warum baut er sich jetzt nicht ein? Guck mal, man kommt so easy davon weg. Das war's. Warum geht der nicht ein? Oh, das ist wieder. Meine Fresse. Ja. Geil, das aus seiner Perspektive zu sehen. Jetzt baut er sich ein und ich muss ihn retten. Guck mal. Ja, hoffentlich. Guck mal. Mit Eisen baut er sich ein. Nein, ich bin tot. Nicht hier sicher? Ich muss mich mit Eisenerz zubauen. Oh mein Gott. Sein Gesicht ist so gestresst. Guck mal, wie er aussieht. Holy . Da ist ein Spawner. Da ist ein Spawner. Da ist ein Spawner. Da ist ein Spawner. Er sagt immer, wenn da viele Mobs drin. Was hast du eingestellt? Und da ist ein Spawner. Hier spawnen Leute. Zombie-Spawner oder was? Ist da einer? Doch, wenn da einer ist, ist das richtig lucky, Digga. Ist das ein Skelett? Waren das Zombies oder Skelette? Zombies. Du denkst so, der hat eine Ahnung davon, was er redet und fragst. Guck mal jetzt. Guck mal, da komm ich ihn retten. Jetzt hat er vergessen, wo die Dias sind. Oh nein. Ne, das ist das hier nicht. Der orientiert sich auch nicht. Der rennt doch immer von zu Hause weg. Da waren wir auch noch nie. Also das habe ich noch nie gesehen. Ich kenne die Hunde schon gut auswendig. Also es müsste hier gleich kommen. Wir sind richtig. Ich kenne es wieder. Ja, ja, ja. Nein. Guck mal, hier habe ich Eisen gefunden. Einfach nur so beim Vorbeilaufen. Einmal abbauen, bitte. Bin ich denn ein Hund oder was? Ja. Weiß ich jetzt nicht. Der das so überlegend immer sagt. Weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. So, guck mal, was ich da rausbekomme. Aus sieben mache ich einfach mal 16, Digga. Halt's den Maul, Digga. Was gibt mir mal deine Waffe? Waffe? Ne, 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 ne. Auf keinen Fall. Nur, dass ich weiß, wie sie heißt. Was ist hinter dir? Alter. Uiuiui. Maxi. Hinter dir auch. Du hast es auch nicht gemerkt. Ja, ja, aber ich bin ja safe. Oh, 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 oh. So, Max, wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Weiß ich. Weiß nicht. Wo bist du? Ey, lass doch zum Spawner gehen, wo ich meinte, wo es so heftig ist. Komm mit. Da ist kein Spawner. Da ist kein Spawner, Bro. Wenn das wirklich ein Spawner ist, Digga, war da Cobblestone? Cobblestone? Ja. Cobblestone. Ja, ja. Ja, ja. Komm mit, das war oben. Wir müssen nach oben. Der ist so raus, ey. Der ist so raus. Er kommt doch nicht hoch, Alter. Alter, Halsmaul. Du lachst jetzt nicht. Weißt du, warum ich das nicht abbaue? Ja, ja. Erzähl es mir. Ach, falscher Weg. Weil ich Angst habe, dass wenn ich was abbaue, dass da Lava rauskommt. Ich verstehe das alles nicht. Warum macht ihr das alles? Ja, warum, das ist ja so viele Fackeln. Er ist raus. Bei Lava ist Lava. Oh. Erdrutsch. 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 Es ist ein riesiger Kloppen Erde auf mir gelandet. Schon wieder Erdrutsch. Es ist alles Erdrutsch. Es ist alles Erdrutsch. Es war ein gruseliges Geräusch. Ich habe Hochgeräusche gehört. Ich habe Hochgeräusche gehört. Ist das ein Spawner oder was ist das für ein Geräusch, Leute? Er ist so, er ist so raus. Alter. Oh mein Gott. Das war schon sehr unterhaltsam, oder? Also ich habe mich früher wirklich immer gefragt, warum gucken Leute Trimax, bis ich selber Streams und Videos von ihm gesehen habe. Und ich finde das so unterhaltsam, weil so spielt der jedes Spiel. Du hast ihn persönlich kennengelernt. Max ist persönlich genauso. So verballert. Der ist einfach so verklatscht und deshalb liebe ich ihn so als Menschen. Er ist einfach unglaublich unterhaltsam und sympathischer Dude. Und der ist ein funny. Auf jeden Fall. Auch wenn wir ihn jetzt sehr ausgedacht haben, könnt ihr natürlich gerne bei Max vorbeischauen. Der Link ist in der Videoschreibung. Genauso wie bei meiner liebenswürdigen Freundin Jolie Kalussi. Die lädt auch regelmäßig in letzter Zeit Videos hoch. Wow. Ist real. Ist real. Kann man appreciaten. Ja, ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Geidee.